Hallo ihr Lieben, wir schauen heute mal wieder auf den Herzensmenschen und der Mensch, auf den du schaust, der ist bereit, hier eine ganz neue Richtung einzuschlagen und auch Fahrt aufzunehmen. Eventuell steht ein Umzug an, eine längere Reise oder eine Schlüsselübergabe. Dieser Mensch möchte jetzt eine Veränderung einleiten. Dieser Mensch möchte gerne etwas Neues beginnen, auch alte Sorgen und Probleme und Nöte hinter sich lassen, um dann in eine positive, gute, neue Zukunft oder Häuslichkeit zu gehen. Wie gesagt, eventuell steht mit dem Schlüssel und dem Haus, mit dem Schiff ein Umzug an. Jemand geht neue Wege, jemand empfindet ein Gefühl von zu Hause, auch wenn er an dich denkt, ja vielleicht hast du hier den Schlüssel zu seinem Herzen und hast es aufgeschlossen, sodass dort auch wieder Gefühle fließen können, dass das Schiff wieder Wasser unter dem Kiel hat, um zu fahren. Und wir schauen jetzt mal in die Karte des Herzens rein, was die noch so dazu sagt. Ein neues Abenteuer erwartet dich, empfange es mit offenen Armen, der Neuanfang. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Ja, so kann man das natürlich auch sagen. Hier kommt Bewegung rein, hier werden positive, neue, häusliche Veränderungen anstehen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Däumchen nach oben oder einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschau!